Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Nicht wundern, warum meine Haare so aussehen. Ich lasse sie momentan Luft trocknen, weil es einfach gesünder ist. Ja, kommen wir einfach zur Videoidee. Ich habe mir was richtig Witziges überlegt. Und zwar kennt das jeder, den alten guten Liebeskummer. Genau, und da dachte ich mir, filme ich heute mal die 10 Arten von Liebeskummer, beziehungsweise eher, wie die Personen den Liebeskummer verarbeiten. Und wenn ihr unbedingt weitere 10 Arten Videos haben wollt, sprich 10 Arten zu küssen oder 10 Arten von Pärchen oder so, dann gebt dem Video einen Daumen hoch und schreibt gerne eure Ideen in die Kommentare. So, fangen wir an mit der ersten Art und Weise. Und zwar im Bett liegen, heulen und Süßigkeiten essen. Oder im schlimmsten Fall auch noch Eis. Also, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als ich Liebeskummer hatte, wollte ich nicht aus meinem Bett rauskommen und wollte eigentlich nur versinken und hatte so meine Fressattacken. Und das ist deswegen die Nummer 1. Die fand ich auf jeden Fall sehr witzig. Oh, liebde mich nicht. Ich habe doch gar nichts gemacht. Das schmeckt auch scheiße. Oh Mann, ey. Wirklich. Ich habe doch gar nichts falsch gemacht. Und jetzt habe ich auch keine Chips mehr da. Och, scheiße. Scheiße. So, die Art 2 ist Liebeskummer-Songs hören und mitsingen. Also, ich weiß nicht, ich bin so ein Mensch, der hört auch Liebeskummer-Songs, wenn ich glücklich in einer Beziehung bin. Ja, beim Liebeskummer ist es ganz, ganz, ganz schlimm. Und, ja, ich kann nicht singen, aber... Aber das Video gilt ja eh nur zur Unterhaltung. Genau. Die dritte Art sind Aggressionen, die man zeigt. Also, man ist halt so sauer, wie diese Beziehung geendet ist oder so und muss so irgendwo seine Aggression rauslassen. Und, ja. Das seht ihr jetzt gleich im Video. Warum hast du so ein Schicksal gemacht? Boah, ey. Ich hasse ihn so. Wie kann man einfach so über Rutzel schlussen? Scheiße, Alter. Ey, wirklich. Warum, Mann? Ey, kann man mir das nicht mehr da sagen? Jetzt kommen wir zur vierten Art, Liebeskummern zu verarbeiten. Und das ist für mich eine ganz wichtige. Und zwar bei Familienmitgliedern oder einer Freundin ausheulen. Dass man zum Telefon greift und telefoniert und sagt, ey, mir geht es so schlecht, können wir reden? Oder sich zu deiner Mutter setzt und sagt, ey, können wir kurz darüber reden? Mir geht es nicht so gut. Es ist immer wichtig, über solche Sachen zu reden. Sonst fresst ihr es in euch rein. Und dann kommt es irgendwann hinaus. Und das ist nicht so schön. Deshalb, heult euch aus. Lasst eure Gefühle freien Lauf. Und dann wird das schon wieder. Ja, wir hatten irgendwie Schluss gemacht. Ich weiß. Einfach über Rutzel. Und vor allen Dingen hat er gesagt, ich wäre fett. Ich werde nie wieder glücklich sein. Oh Mann, ey. Ist es so? Nein. Ja, kommst du vorbei? Es freut mich. Ja, wirklich. Wirklich. Ja, okay. Vomit zur nächsten Art. Die fand ich auch sehr witzig, als ich die mir in Gedanken zusammengebaut habe. Und zwar der Psychopath. Man hat entweder so eine kleine Voodoo-Puppe oder so ein Bild von seinem Liebling und verbrennt so die Bilder oder so. Oder sticht so rein. Und ja, ihr seht das gleiche als Beispiel. So dieser Psycho, der langsam abdreht. Genau. Seht ihr das? Seht ihr das? Das ist er. Und er wird bald nicht mehr so aussehen wie hier. Ich werde ihm erst mal seine Arme stützen. Dann seine Beine. Und dann werde ich mir den Kopf aufteilen. Die nächste Art ist die sechste Art. Und zwar einfach richtig traurig Liebesfilme gucken und dabei essen und auch weinen. Aber halt statt Liebessongs diesmal Liebesfilme gucken und denken, okay, zum Beispiel Leonardo, Titanic, du bist der Bessere für mich. So, ne, ihr wisst, was ich meine. Ich weiß nicht, wer das von euch gemacht hat, aber ich habe das damals gemacht. Ich habe mir so einen Liebesfilm anguckt. So Dirty Dancing, wie ein einziger Tag oder so. Und dann habe ich das mir angeguckt und dachte, warum kann ich nicht so eine Beziehung haben? Ja. Ja, das war schon ein Traum. Sein Leben zu teilen, einem ganz bestimmten Menschen, ist wohl eine der absolut wichtigsten Entscheidungen, die man treffen muss. Wenn nicht die wichtigste. Suchst du dir den Falschen, wird dir dein Leben grauer erscheinen. Und manchmal, manchmal wird dir das erst bewusst, wenn du eines Tages aufwachst und merkst, dass Jahre vergangen sind. Wir beide haben das erlebt, Alex. Unsere Freundschaft hat mein Leben in prächtige Farben getaucht. Selbst in Zeiten, die nicht so rund für mich waren. Und ich bin dir unglaublich dankbar für dieses Geschenk, Alex. Und jetzt kommen wir zur etwas anderen Art, die Liebeskummer zu verarbeiten. Nicht mehr dieses Heulen oder Aggressive, sondern dieser Schritt zur Veränderung. Also Liebeskummer in dem zu verarbeiten, dass man sich jetzt mehr aufstylt. Wenn man es in der Beziehung nicht gemacht hat, dass man das Beste aus sich rausholt. Diese typische Glow-Up-Ding. Also ihr wisst, was ich meine. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Ja, genau. Das ist die, glaube ich, die achte Art schon inzwischen, Liebeskummer zu verarbeiten. Ja, ihr seht gleich, was ich meine. Also, sorry, aber ich meine, ich bin doch eh viel besser als er. Hä? Kann froh sein, dass ich mich nicht von ihm getrennt habe. Also, ich meine, ne? Pfff, dieser Typ, der macht sich ja zum Affen. Der ist ja nicht mal in meiner Liga, ne? 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 So, die vorletzte Art. Wer kennt es nicht nach einem Broke-Up? Ne? Dass man sich typischerweise dann die Haare verändert. Dass man halt dann entweder eine Kurzhaarfrisur trägt oder seine Haare bunt färbt oder von blond auf schwarz oder von braun auf blond. So, dass man halt eine Typveränderung mit sich machen lässt. Das ist halt immer bei einer Frau, der der Punkt, wo man weiß, okay, die Frau hat mit dem Alten abgeschlossen. Die möchte jetzt neu anfangen. Und das ist natürlich auch wichtig, um Liebeskummer zu verarbeiten. Und deswegen fand ich es auch sehr wichtig, diesen Punkt mit reinzunehmen. Ja. Die Länge gefällt mir richtig gut. Und auch mal der Seitenscheitel. Der ist auch mal anders, oder? Ja, das finde ich richtig gut. Die Länge, der Seitenscheitel. So, jetzt kann der Neubeginn starten. Okay. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Und zwar, wenn ihr Haustiere habt, dann natürlich kuschelt man mit den Haustieren oder mit den Kuscheltieren. Und kuschelt sich ein. Und ja, ne? Versucht durch diese Kuscheleinheiten, diesen Liebeskummer zu kompensieren. Ja. So. Buh. Er hat Schluss gemacht. Bärchen. Er hat einfach Schluss gemacht. Komm her. Er hat mich einfach versetzt. Und dann überwurzelt er Schluss gemacht. Und ich liebe dich auch. Mann. Ich werde schon jemand anderen finden. So, das war's mit dem Video. Ich hab... So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, um das zu verpassen. Und aktiviert die Glocke, denn jeden Montag... Und aktiviert die Glocke, denn jeden Donnerstag und Sonntag um 14 Uhr und Montag und Dienstag um 12 Uhr kommt ein neues Video. Und wie gesagt, wenn ihr Bock auf weitere 10 Artenvideos habt, dann gebt dem Video auf jeden Fall Daumen hoch. Ja, folgt mir gerne auf Instagram. Da poste ich regelmäßig Storys, Tanzvideos und Beiträge. Und ja, dann wär's das von meiner Seite. Und würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao. Ciao.